In diesem Video lernen Sie, wie Sie ganz einfach Artikel zu Ihrer HousePro-Bibliothek, zu Projekten und sogar direkt in Ihre Moodboards, Bemusterungspläne und Angebote mithilfe des Clipper-Tools hinzufügen können. Der Clipper ist eine Chrome-Erweiterung. Um ihn herunterzuladen, geben Sie einfach HousePro Clipper in Ihre Google-Suche ein, öffnen Sie den Link zum Google Chrome Store und fügen Sie die Erweiterung zu Ihrem Browser hinzu. Beachten Sie, dass der Clipper nur mit Google Chrome kompatibel ist. Nach der Installation können Sie ihn in Ihrem Browser anheften, um noch schnelleren Zugriff darauf zu haben. Mit dem installierten Clipper klicken Sie einfach auf das kleine Haus-Symbol auf der Website eines jeglichen Anbieters, woraufhin sich direkt das Clipper-Fenster öffnet. Nun können Sie direkt damit beginnen, Produktdetails im Clipper zu befüllen. Wählen Sie Produktbilder-Klippen und der Clipper identifiziert automatisch geeignete Produktbilder auf der Website. Bilder von geringer Qualität sind mit einem Ausrufezeichen markiert. Wählen Sie bis zu fünf Bilder aus und Ihr Clipper wird mit einem Klick befüllt. Wenn Sie mit der Maus über eines der geklippten Bilder fahren, können Sie es entweder als Titelbild festlegen oder löschen. Wenn Sie diese automatische Funktion nicht nutzen möchten, fahren Sie alternativ einfach mit der Maus über ein Bild und klicken Sie auf das Haus-Symbol, um es im Clipper zu speichern. Wichtig zu erwähnen ist, dass Sie das Clippen von kleinen Vorschaubildern vermeiden sollten, da diese von geringerer Qualität sind. Um die Felder des Clippers zu befüllen, markieren Sie die relevanten Informationen und wählen Sie die entsprechende Kategorie im Dropdown-Menü aus. Alternativ können Sie auf das Zeigefingersymbol oben rechts klicken, mit der Maus über eine Information auf der Seite fahren und den gewünschten Bereich mühelos in den Clipper übertragen. Natürlich haben Sie auch die Möglichkeit, Informationen manuell in jedes Feld einzugeben. Es ist ratsam, während des Clippens alle Informationen zum Artikelpreis mit einzugeben. Wenn Sie auf den Taschenrechner klicken, können Sie ganz einfach auch Ihre Marge eingeben und den Clipper basierend darauf den Kundenpreis berechnen lassen. Vergessen Sie nicht, den Steuersatz anzugeben. Stellen Sie außerdem sicher, dass Sie das richtige Projekt ausgewählt haben, um den Artikel problemlos zu Ihren Angeboten, Rechnungen, Moodboards und Bemusterungsplänen hinzuzufügen. Wenn Sie außerdem einen Raum auswählen und einen Haken in diesem Feld setzen, wird der Artikel direkt auf dem Bemusterungsplan des angegebenen Projekts angezeigt. Sobald Sie alle Informationen eingegeben haben, klicken Sie auf Speichern und kehren zu Hauspro zurück. Schauen wir uns zunächst den entsprechenden Bemusterungsplan des Projekts an. Sie sehen, der eben geklippte Artikel wird hier direkt angezeigt, ohne dass die Seite aktualisiert werden muss. Darüber hinaus erscheint der geklippte Artikel in Ihrer Sammlung, die unter dem Tab Unternehmen und dann Produkte und Dienstleistungen zugänglich ist, wenn Sie Hauspro als Interior Designer nutzen. Für diejenigen, die als Bauunternehmer registriert sind, ist diese Rubrik als Elemente und Kategorien auffindbar. Um den Artikel einem Angebot oder Rechnung hinzuzufügen, klicken Sie einfach auf Sammlung. Wenn Sie während des Clipping-Vorgangs ein Projekt angegeben haben, wird der Artikel hier unter Projektelemente angezeigt. Ansonsten finden Sie alle geklippten Artikel unter Sammlung. Der Vorgang ist ähnlich für Moodboards. Um Ihre geklippten Artikel einzubeziehen, gehen Sie zur Sammlung, wo alle geklippten Artikel auffindbar sind. Der Hauspro Clipper ist ein einfaches, praktisches Werkzeug, das entwickelt wurde, um Artikel aus dem Netz in Sekundenschnelle abzuspeichern und für Ihre Projekte zugänglich zu machen. Es spart Ihnen Zeit während des Beschaffungsprozesses und reduziert lästige Fehler bei der Datenpflege. Viel Spaß beim Klippen und danke fürs Zuschauen.